Ich will jetzt den 18. Spieler der Bundesliga. Die Winterpause ist vorbei und es geht los mit Bayern gegen Gladbach. Ich denke, Bayern wird wieder wie gewohnt stark aus der Winterpause kommen. Gladbach sowieso in letzter Zeit nicht so stark gespielt. Das wird ein klarer Sieg für die Bayern. Ein 3 zu 0, denke ich. Leverkusen gegen Union. Das, denke ich, wird Union sehr gut gegenhalten können, aber ich denke, Leverkusen wird es noch knapp für sich entscheiden können. Und es wird ein 2 zu 1. Fürth gegen Stuttgart. Da traue ich sogar Fürth mal wieder einen Punkt zu, weil sie sind Heim. Stuttgart ist aktuell nicht so gut in Form. Auch relativ weit unten in der Tabelle. Deswegen denke ich, dass es ein 1 zu 1 wird. Leipzig gegen Mainz. Das wird ein, denke ich, ein klares Spiel für Leipzig. Leipzig ist deutlich stärker als Mainz halt. Sie sind echt tief für ihre Verhältnisse auf der Tabelle. Deswegen müssen sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen rauskommen. Das wird ein klares 4 zu 0. Hoffenheim gegen Augsburg. Da traue ich Hoffenheim den Sieg zu. Denke ich mal, sind Heim stärker als Augsburg, weil Augsburg generell von der Tabelle her relativ weit unten ist. Wird ein 2 zu 1. Freiburg gegen Bielefeld. Das kann Freiburg ganz klar machen, weil Freiburg ist noch relativ weit unten in der Tabelle. Hat eine sehr gute Anfangsphase in der Saison. Mittlerweile spielen sie nicht mehr so ganz krass, aber gegen Bielefeld wird es auf jeden Fall reichen mit einem 3 zu 1 Sieg. Frankfurt gegen Dortmund. Hier traue ich sogar Frankfurt Überraschungen zu, leider. Weil ich denke, Dortmund wird nicht so gut aus der Winterpause kommen und Frankfurt kann gewinnen mit einem, naja, 2 zu 1. Hertha gegen Köln. Das, denke ich, kann Hertha machen, weil sie müssen auch noch mal ein bisschen weiter von unten rauskommen. Für ihre Fallen ist er auf jeden Fall zu tief drin. Und das wird auch dann ein Sieg für Hertha und zwar ein 3 zu 1. Bochum gegen Wolfsburg. Das, denke ich, kann Wolfsburg machen. Wolfsburg ist, glaube ich, auch ziemlich tief in der Tabelle. Und diese drei Punkte werden sie auf jeden Fall gebrauchen können und erkämpfen sich ein 1 zu 2. Das war es mit dieser Pornose. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao. Ciao.